Ja, hallo und herzlich willkommen zu den nächsten Folgen, zur nächsten Aufnahmesession. Ich sag immer zur nächsten Aufnahmesession, ist aber egal. Das machen wir einfach so. Und zwar wollen wir jetzt... Ich hab jetzt noch nicht verraten, welches Spielbrett ist. Das Problem ist, es könnte beim nächsten Ding schon verraten werden, was wir für ein neues Spielbrett üben, äh üben, probieren. Und nee, ich will dieses bescheuerten Kram nicht. Komm, geh mir ja nicht auf die Nerven. Ein Kontrollerspieler. Und zwar sind wir jetzt mal... Der Rabbit. Und wir spielen gegen KI einfach, weil wir das letzte Mal schön abgekackt haben. Machen wir mal einfache KI. Wir haben das letzte Mal verloren, ihr könnt euch erinnern, wir nehmen mal weniger KIs. Wir nehmen mal zwei KIs, weil sonst dauert das so lange, ja. Wir wollen uns ja nicht künstlich in die Länge ziehen. Und jetzt starten wir den ganzen Kram einfach mal. Spiel starten. Und hier sieht man auch schon, was wir heute, was wir jetzt für ein Spielbrett spielen. Das Raving Rabbids Spielbrett. Eine, fünf. Ich hab mit, äh, mit diesen Rabbids da nicht so viel zu tun, muss ich ehrlich gesagt sagen. Ich kenn mich mit denen gar nicht aus, hab noch nie ein Spiel davon gespielt. Eine, drei. Und der überholt uns jetzt Mike. Jo, eine schöne Acht. Also sind wir dann dran. Echt, das ist nicht mal 3D mäßig? Ich dachte, das ist 3D mäßig. Also, renn's ehrlich. Das ist keine 2,99 Euro wert. Muss ich echt mal sagen. Weil, kostet 2,99 Euro die Erweiterung hier. Das ist nämlich ein DLC. Und das hat kein 3D-Modus. Also man muss sagen, im Vergleich zu Monopoly Streets ist es schon eine echt stark abgeschwächte Version. Eine Quatschmüllch-Dazwischenkeule. Eine stark abge... Also echt eine abgeschweckte Version. So, schade. Klingt so, als hätte man krampfhaft versucht. Was auch immer passiert, geben Sie nicht auf. Okay, wir können damit aus dem... Was? Wir müssen ins Gefängnis gleich mal. Und schon haben wir wieder ein richtig schönes Würfelglück. Vielen Dank für nix. Aber so ist es nun mal. Ach ja, ich muss schon mal sagen. Schon mal anmelden. Zwischendurch könnte es sein, dass wir ein Problem kriegen. Und zwar, dass ich da zwischendurch mal schnell wegrennen muss. Weil nämlich der Postbote noch kommen könnte. Ich bin relativ früh heute zu Hause. Och, und endlich mal wieder schön zurücksetzen und eine Runde spielen. Herrlich. Das ist wahnsinnig gut. Das ist wirklich... Ich freue mich da wirklich drüber, weil... Ich bezahle natürlich 50, damit ich freikomme. Ich komme aber auch nur auf Mist. Rabbit aus der Kiste. 18 Bankirrtumor in Folge. 200 Mücken haben wir gekriegt. Das bringt mir aber jetzt nix. Spielen wir. Ja, auf jeden Fall kommt noch der Postbote. Und... Ja, da muss ich dann mal schnell in die Tür rennen. Das ist halt so. Da würde ich dann schnell das Mikro muten und dann mal schnell abmachen. Und das dann schneiden entsprechend. Ich dachte, das ist ein 3D-Spielbrett. Klasse. Und ich habe mir alle DLC-Dinger gekauft. Und ich dachte... 2,99 Euro. Das wird doch wahrscheinlich ein schönes sein. Das kaufen wir natürlich. Und... Wie gesagt, ich dachte, das wäre ein schönes. Aber nee. Nix. So richtig 3D-mäßig halt. Ihr wisst, was ich meine. Das ist echt eine schwache Kür. Komm, gebt mal Gas hier. Eine 10. Er kauft natürlich erst mal alles. Also, es ist orange schon angerissen. Wir müssen ja versuchen, eine Straße zusammenzukriegen. Das wäre das Beste. Eine Straße zusammenkriegen. Und es ist auch dieselbe Musik. Also haben sie sich wirklich echt nicht mit rumbekleckert. Es ist echt dünn. Das muss ich sagen. Haben sie sich nicht mit rumbekleckert. Gelb ist schon eine weg. Grün ist jetzt auch schon eine weg. Und wieder ab ins Gefängnis. Ihr seht, ich habe heute wieder kein Würfelglück. Jetzt muss ich ehrlich sagen, ich bin ein bisschen angefressen deswegen. Sie verfügen über genug Geld, um dieses Grundstück zu kaufen. So, jetzt hat der so ein Grundstück davon. Das bringt mir auch nichts. Der kriegt jetzt bestimmt ein dunkelblaues noch und ein braunes. Und dann hat er fast alles voll. Bahnhof. Nee, nicht Bahnhof. Okay. Auf loskommen. Ach ja, der hat den Pasch gewürfelt. Darf nochmal. Und dann darf ich wieder 50 Mücken für nichts bezahlen. Das ist ihre Gelegenheit. So, und der hat dann jetzt fast alle voll davon. Ja, gut. Dann ist es halt so. Ich muss die wieder bezahlen. Das geht nicht anders. Ich muss ja irgendwie an Karten kommen. Wie haben Sie das gemacht? Eine 10. Ich kann mal frei parken. Vielen Dank. Ach so. Das Geile ist vielleicht, wenn ich das jetzt erzähle. Ich habe mir was bestellt. Und deswegen kommt nachher der Postbote. Und ich habe mir nämlich ein Monopoly-Spiel. Ein echtes, also ein richtiges Monopoly-Spiel besorgt. Bestellt. Und, ähm, das war nämlich das. Ich habe erst überlegt, ob ich ein Ghostbusters-Monopoly nehme. Auch cool. Aber, aber, äh, meine Freundin hätte auch lieber gerne das, äh. Da habe ich gedacht, The Walking Dead ist auch cool. Und das wollte sie sowieso haben. Und da habe ich lieber das genommen. Da habe ich das, da haben wir das, äh, habe ich, kriege ich nachher das The Walking Dead Monopoly. Also das Echte. Direkt. Yo, kauft euch nur dumm und dämlich. Jetzt bin ich mal gespannt, was sie hier machen will. Wo Nachfrage besteht, da gibt es auch ein Angebot. Akzeptiert, okay. Die verbinden sich gegen mich, merkt das. Boah, ich kann nicht schon wieder die Roten kaufen, das geht nicht. Kann ich doch nicht machen. Jetzt riecht er eine zweite Rosa, ne? Ah ne, die hat er schon, zum Glück. Schwein gehabt, aber wirklich. Aber wirklich cool. Das ist ein bisschen ein lustiger Zufall, dass ich das heute aufnehme. Boah, Mann, war das eine Woche. Ich bin erst heute zum Aufnehmen gekommen. Heute ist Donnerstag. Aber ich wollte eigentlich, ähm, ich wollte gestern schon, ich wollte schon am Montag eigentlich. Und gestern und irgendwie bin ich nicht dazu gekommen. Ich habe gerade so viel zu tun. Ach ja. Das ist schon ganz schön krass. Aber so ist es nun mal. Ein Pasch. Mission erfolgreich, wirklich nur Glück. Okay. Das kaufen wir natürlich. Wir haben ja Geld wie Sau. Und jetzt haben wir dem schön die Tour vermasselt. Ich möchte mal handeln. Und zwar mit der Käse. Ich habe echt drei Karten, mehr nicht. Das muss man sich mal überlegen. Das ist nichts. Ich möchte gerne die rote. Und biete dir Kohlen. Und zwar... Ja, machen wir mal. Wir probieren es mal mit 240. Erkeinst du nur zum EK. Oder wir bieten 45. Wir bieten 250. Da hat er 10 plus gemacht. Mal gucken, ob er es macht. Einverstanden. Er hat es akzeptiert. Okay, na gut. Dann wollen wir uns mal nicht beschweren. Achso, wir sind ja auch noch mal dran. Eine 5. Das kaufen wir natürlich auch gleich. Haben wir die Straßen blockiert. Das ist auch gut. Und beenden wir unseren Zug. Also so wie es aussieht, werden wir uns die roten kaufen müssen. Das ist jetzt bis jetzt unsere einzige sinnvolle Chance irgendwie. Und jetzt haben wir wieder übelst viel Geld ausgegeben. In der Runde. Aber es sind immer mal wenigstens an ein paar Straßen gekommen. Und schon haben wir Miete gekriegt. Das war ein schönes Ding. Du schuldest mir was. Du hast Stufe 3 erreicht. Klasse. Beim Hasbro Game Channel. Was auch immer das ist. Das war ein richtig guter Wurf. Nicht. Ab ins Gefängnis. Mach's gut, Keule. Und wir sind wieder dran. Und kommen hoffentlich mal über los. Wir haben Gehalt gekriegt. Und blockieren gleich mal die Brauen. Klar. Klar wollen wir es kaufen. Ist das hier eine Acht? Jetzt geht es aber richtig los hier bei uns. Okay. Zehner können wir auch mal verkraften. Was sind das für Namen? Iker. 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 Ich nenne ihn Iker. Ah. Oh. Das kriegt gerade nur hin und her. Hier wird gerade nur die Kohle hin und her geschoben. Ist aber nicht schlimm. Wir ziehen weiter durch. Ach ja. Ist das herrlich. So Zeit, dass Wochenende wird. Vielleicht ist für euch ja heute Wochenende. Ich weiß nicht, an was für einen Wochentag diese Folge jetzt ausgestrahlt wird. Und da darf schon wieder der nächste auch losgehen. Vielen Dank. Ah, der hat auch nur drei Karten, sehe ich gerade. Ach so, er hat Fuffi bezahlt. Es gibt ja auch noch einiges zu holen, muss man mal sagen. Oh. Jetzt bin ich mal gespannt, ob die sich das hin und her traden. Ich könnte halt noch mal so eine rote brauchen oder so. Ja, dann bezahle ich ihn halt. Komm. 14 Monopoly-Dollar. Was ist das schon? Viel Glück. Das ist halt auch schade. Ich meine, die... Im Monopoly-Street war ja jetzt mal, um nochmal auf die Sache hier mit den Spielbrettern zu kommen. Mit dem Brett zum Beispiel. Und zwar, da waren diese freischaltbaren, in-game freischaltbaren Spielfelder, waren auch nur so flach gestaltet. Auch anders, andere Sachen drauf. Wie bei dem Käsespielbrett konnte man ja Käse, verschiedenste Käsesorten kaufen. Und... Ui, 29 Mücken. Und, ähm... Aber wenigstens war die Umgebung schön gestaltet. Sie hatten mit dem Geld sicher etwas anderes. Das ist echt ärgerlich. So, wie hier. Das ist ja okay, damit könnte ich leben, so. Aber die Umgebung ist nicht gestaltet. Bei dem Käsespielbrett bei Monopoly-Streets zum Beispiel, da war dann überall so, wie so ein Holztisch und... Und Wein und so ein Kram. Könnt ihr ja mal schauen. Monopoly-Streets, äh, Let's Play auf diesem Kanal. Äh, was 35 folgen oder so ein paarunddreißig folgen. Komplett alles freigeschalten, alles durchgespielt. Coole Sache. Und jetzt bin ich mal gespannt, wie das hier sich entwickelt. Wie haben Sie das gemacht? Ein zweier Pasch, da kommt er da rüber. Das ist sein eigenes. Das er noch nicht versucht hat, mit mir zu traden. Na gut, er hat kein Geld. Und jetzt könnte er mal... ...bei mir drauf kommen. Hier ist noch eine Menge frei. Und das große Problem ist, ich habe wenig Geld. Ich muss mal ein paar Sparrunden machen. Okay, na gut. Pro Haus 25 Mücken bezahlen, ist ja jetzt nicht so das Problem für ihn. Jetzt würfel mal ein schön Ründchen. Eine neue. Den will ich nicht haben. Gebe ich zur Auktion frei. Ich will den wirklich nicht haben. Bieten wir mal 100. Ich bin mal gespannt, ob er drauf eingeht. Klasse. Ja. Ich dachte, er zieht jetzt hoch, aber... Naja. Haben wir wenigstens im Bahnhof. Wir haben zwar 20 Minus gemacht, aber wir sind gleich... ...über die Grenze drüber. Wir beenden den Zug. Sie sind am Zug. Was halt schade ist, wir können uns auch so wirklich wahrscheinlich nicht das Spielbrett angucken. Das habe ich nämlich immer am Anfang der Runde gemacht. Sie haben scheinbar einen Knast mit der Katz. Hm. Gut, er wird sicherlich drüber kommen. Wahnsinn. Wie weit er immer wirft. Genau auf los. Okay, das geht ja für ihn. Jetzt sind wir dran mit Würfeln. In einer Pasch. Das ist nicht so gut. Ach ne, doch. Das ist okay. Damit können wir leben. Ich möchte mal die Spielbrett draufsicht. Und hier kann man eben nicht sehen, was das Nu genau ist. Man kann auch die Bilder nicht angucken. Wie hier. PR Rabbit. Okay, man kann es lesen. Aber das ist doch blöd. Was? Hühnchen Rabbit. Man kann es nicht lesen. Was? Spielplatz Bahnhof. Toiletten Papier Rabbits. Toiletten König Rabbits. Man kann sich die Bilder nicht angucken. Das ist echt blöd. Und Cursor bewegen. Backrott zurück Handel. Voll bescheuert. Wir können so wirklich das Spielfeld nicht angucken ordentlich. Ui. Ui. Ui.